Es war am Morgen, nach einem Nachtangriff. Und ich hab's einfach gefunden. Als wär's für mich bestimmt. Gib auf dich Acht. Ich schwor mir, wenn ich lebend da rauskäme, würde ich sie finden. Und ihr dafür danken, dass sie mir das Leben gerettet hatte. Ich bin Beth. Logan. Was wollen Sie in Hemden? Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Der Typ hat sich um den Job beworben und ich konnte ihn nicht abwimmeln. Wie hast du's geschafft, dass er geht? Ich hab ihm den Job gegeben. Du weißt doch gar nichts von ihm. Du auch nicht. Wer ist das? Ach, nur jemand, den Nenner eingestellt hat. Macht zusammen. Willst du mit uns essen? Denn bestimmt hat Logan schon andere Pläne. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Plan hatte. Sauberer kann der Topf jetzt nicht mehr werden. Ich geh mit nem Kollegen ein Bier trinken. Das ist kein Date. Ich will dir schon seit lange mit was sagen. Ich find einfach nicht die richtigen Worte. Du hältst dich aus meinem Leben raus, verdammt nochmal. Eins weiß ich. Du hast was Besseres verdient. Du solltest jeden Tag geküsst werden. Jede Stunde. Jede Minute. Wo hast du das hier? Das hatte dein Freund Logan bei sich. Ich hätt's dir sagen müssen. Ich hab's versucht. Ich wusste nicht wie. Der taucht hier mit sowas persönlichem Haupen. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ich glaub, es war vorherbestimmt, dass er das Foto findet. Ich glaub, sowas passiert nicht ohne Grund. Wie willst du denn was erklären, dass du nicht mal selbst verstehen kannst? Warum bist du hierher gekommen? Um dich zu finden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020